Hey Leute, ich bin's Conny. Heute spielen wir mal wieder Shellshock Live zusammen mit Roblox Victor, Roblox Felix und Deal in Was. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like, ein Abo da und bla bla bla. Los geht's. Yeah. Nice. Ja. Ich bin mit Roblox Felix im Team. Ha, du hast das Handicap. Wie Handicap. Was meinen die? Roblox Felix? Kannst du dir darunter was vorstellen? Ich schieße einfach ein bisschen zu weit, dann nehme ich den tödlichen Fall und dann habe ich die Flugbahn unten Treffer. Wir sind genial. Genau so. Siehst du? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe auch keine Ahnung, Digga. Oh, ich habe gute Waffen. Oh, ich habe perfekt in Akons Gesicht geschossen. Ich komme hier nicht weg. Tja, wird bestinken, wenn ich du wäre. Ähm, ich kriege nicht. Keine Ahnung. Oh, yeah. Oh, nein. Oh, war das knapp, Digga. So knapp. Oh, man. Ja, das war ich noch. Perfekt. Ja. Ja. Ich wollte nicht Roblox Felix abschießen. Ich werde niemals go und das weißt du selber. Geil. Scheiße. Louis freut sich. Bei dir gibt es sowieso keine Chance, dass ich dich treffe, Louis. Oh, nein. Es kommt gleich zurück auf mich. Oder? Na ja. Meine perfekte Flugbahn. Ah, das ist beruhigend. Ja, ich bin am Arsch. Ich habe halt immer noch keine Flugbahn, deswegen keine Ahnung, Digga, was ich mache. Ich mache Oversharch rein. Du schießt und dann wird das hochgelenkt. Oh, das kommt auf uns zurück. Ich sage es dir so sehr. Das kommt auf uns zurück. Louis hat zurecht. Durch das schwarze Loch. Du hast den Handicap, Anton. Und? Okay. Glück gehabt. Wie kannst du das machen? Wer hat Erdbeben gemacht? Victor? Tja. Das weiß ich nicht. Ich mache sowas nicht. Ich weiß nicht, was das macht. Ja. Und? Zum Glück. Und? Ja. Du hast mich gar nicht getroffen. Zehn Schaden. Zehn Schaden? Als ob. Habe ich gar nicht gesehen. Bist du dumm. Ich will wissen, was der Schnellzug macht. Ah, so. So viele Sachen zum Gucken. Alles klar. Oh. Ach, komm schon. Oh Gott. Oh mein Gott. Hätte das getroffen, ne? Oh. Oh. Tja. Louis, machst du das, was ich denke, was du machst? Nee. Okay. Dann nicht. Nein. Okay. Digga, was machst du denn jetzt? Oh Gott. Was? Hä? 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 Das ist links. Das ist gut. Hä? 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 Alter, halt noch. Wie? Warum? Es hat irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Ja, Fuchs, was machst du jetzt, ne? Ja, was machst du jetzt, Fuchs, ne? Ich weiß schon. Und? Nice. Oh, komm schon. Oh, oh. Fährst du? Ist so. Real talk. Nach oben ziehen. Oh, du bist reingefahren ins Loch. Oh nein. Oh nein. Nicht so schlimm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da kommst du nicht mehr raus. Doch, die Sniper, die trifft. Oh nein. Ich schwöre. Oh nein. Oh nein. Das war so knapp. Oh nein. Ey, das wäre aber episch gewesen. Das wäre so episch gewesen. Ich bin so ein Gott in dem Spiel. Oh. Das ist weh. Das war meine Sniper. Du wirst niemals denken, was ich mache. Oh nein, ich habe mich dabei gebumst. Ich habe gedacht, dass es abprallt an dem Ball. Ey, du wirst was gelappt. Oh mein Gott. Ihr habt keine Chance mehr. Ich habe die ultimative Waffe. Wie? Wir haben keine Chance mehr. Wir haben beide über 100 HP. Aber jetzt habe ich endlich mal freie Schussbahn. Und ihr könnt nicht treffen. Seht ihr? Geil. Komm schon. Mein Gott. Ich hatte die perfekte Linie. Die nächste Runde. Ich werde euch so geben. Ich habe eine Geheimwaffe. Ich mache Brrrr. Brrrr. Warte, ich mache den Sound-on. Du musst erst mal deine Route finden. Verdammt. Oh. Good job, Lurs. Good job. Bam. Katzen. Bam. Naja. Alles. Ey, ich habe euch Katzen gegeben. Was soll ich machen? Ich hätte aber jetzt gerne mal eine Sniper oder so. Alles klar. Okay, Victor. Ja, Mann. Good job, Lurs. Good job, Lurs. Was? Tja. Easy. Okay, Leute. Das war es mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert die anderen, weil sie haben gewonnen. Nächste Runde. Dann aber nächster Part. Okay, wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dann und ciao. Tschau. 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 Tschau.